Servus, ich bin Toni, ich bin Polier bei der Firma ProBat. Im Januar 2008 wurde ich als Azubi zum Maurer bei ProBat eingestellt. Durch die Unterstützung innerhalb der Firma habe ich nach einer nur zweijährigen Ausbildung recht schnell immer mehr Aufgaben übernommen und war dann auch bald Vorarbeiter. Ich wollte beruflich weiterkommen und Verantwortung übernehmen. Das hat mir ProBat mit der Teilnahme an der Polierschulung ermöglicht. Seit April 2011 bin ich nun Polier. Das war ein weiterer beruflicher Schritt und es macht mir viel Spaß. Übrigens, damals war ich mit 24 Jahren der jüngste Polier bei ProBat. Ich habe nicht nur Material und Termine auf der Baustelle zu koordinieren, sondern vor allem die Mannschaft.